ja ist das schön endlich mal wieder fliegen und ab in die karibik mein söhnchen ist auch wieder an bord meine frau ist nicht da drüben sitzt jemand schau wir mal nach was der so hat man sollte auch ich sehe gerade also ich habe noch ein anderer spieler dass die person die mitspielt auch in dem gleichen flugzeug ist aber auf einer ganz anderen stelle sitzt wie bei mir das ist ja ich bin erst so ungefähr wie du sitzt noch da wird dein sohn aufgenommen du sitzt also die frequenz die frequenz die frequenz da sitzen das ist zu bleiben hinter stehe ich habe jeden fall ich dachte dass ich jetzt darauf finden kann um den jungen zu retten was okay wir müssen wieder essen wir müssen jetzt sammeln macht sie nicht so dicke ok ganz kurze information zu euch oder für euch meine frau spielt mit sagen hallo hallo ich habe eben bei ihr gesehen dass sie auf einem anderen sitzplatz saß und zwar hier drüben hier 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 ja hier so ja hier drüben saß sie und beim absturz hat sie ihren sohnemann oder war sie dein sohnemann nee sie hat eigentlich keinen sohnemann dabei gehabt nein gar nicht eben bei ihr war kein sohnemann dabei sie saß hier hat aber nachher den sohnemann hier gesehen wie der typ den aufgenommen hat und abgehauen ist mit dem fand ich super dass nicht überall die gleichen sequenz war da ist wenn ich super habt ihr schon gut gemacht toll finde ich super so hinaus was sie kursiert und kassel das war schon heiße ich kein bisschen aus dem knarger jetzt muss ich mir aufnehmen die früchte das ist das meine ich was er so aufnehmen was er so aufnehmen dass die auf der gestrante die aufnehmen ja und nicht das fleisch haben sie auch richtig super ich habe mit steinern ich habe mich gerade geworfen da sind es alle ja die ganz abschlachten das ist also immer krass gemacht auch runtergefallen also richtig geile animation gemacht so schnapp dir sachen die du brauchst hier unterhosen etc pp denn wir wollen überleben und nicht ein elch achso nein ich habe haut wenn du stöcke und sowas hast ne ja kannst du dir mal die größere achse kurz bauen wenn du möchtest ja weil die achse ein bisschen besser als die große dann weißt du mhm 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 so so da ach So, ich zähle mal. Ach, geht auch los, geht auch los. Hey! Krass! Wollt ihr? Hm? Wollt mal. Wollt ihr mal rum? Krass! Und zwar hier, guck! Achtung! Ah! Cool! So, ein paar mehr Koffelsongen. Ja. Ich glaube, dass sie noch drauf gibt. Und so die geile Animation. Bitte, guck mal! Warte! Knick! Ja, kannst durchlaufen, ne? Ne, umknicken! Ach so! Mit I ist im Ventar, ne? Hm, weiß ich schon nicht. Hat es gut, start es gut! Oh! Oh! Ich habe schon was rauschen gehört. Was war das denn? Hast du gehört? Ja! Ich habe durchs Flugzeug durchgeflogen. Hast du dir soweit alles gesagt, dass du brauchst? Ja! 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 Oh ja! Ich weiß den Baus schon. Wir haben das alles ein bisschen anders da gemacht, ne? Ja! Ja! Beziehungsweise, wir sind ganz mal anders abgesetzt. Ja! Bestimmt! Ja! 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 Wo wollen wir uns erstmal heimisch irgendwie was kleines bauen? Ich würde sagen, hier wo man viel Holz hat halt. Hier unten am Wasser vielleicht irgendwie ein bisschen so? Oder gleich hier oben raucht irgendwo? Wo man eigentlich einen schönen Ausblick hat auf alles. Ich versuche mal, also mit B ist das Inventar zu öffnen, ne? Ja! Hört sich! Hört sich! Ja! Schmeiß den heiligen Baustau! Nein! Er rollt! Er rollt! Tschüss! Klo, Klo, Klo! Retaid! Er retalt! Juhu! Das ist der Ausgang ist hier, ne? Nein, das habe ich jetzt getan. Das wollte ich doch gar nicht! Nein, das will ich doch auch nicht! Das war falsch, was wir gemacht haben, ja. Wollt ihr gleich bauen? Wollt ihr gleich bauen? Ja! 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 Das war eine schöne Aussicht, ja? Ok. Was meinst du? In den ersten Grundstein hier, oben ohne, hier können wir aufs Wasser ausgucken. Was hältst du davon? Den Baum aber heute selbst. Kann doch schon den Nachbarbaum. Der Baum liegt mal da. Jetzt holen wir den Baum bei dir. Da hast doch irgendwo einen Baum schon gekillt hier, ne? Ja, bei einem Stück zu finden. Achtung, Achtung, der kommt in die Richtung. Ach so, mit E, ne? Mit E, ja. Achtung, 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 Achtung. Dieses Schießen, ja. Das ist normal. Dann, wir sind hier unten. Das ist ges았는데, wir haben jetzt schon geklaut, ja? Achtung, 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 Achtung! Aber ich fäll mal die Post hier hinten ein bisschen. Ja, du musst wirklich halten jetzt mit Fällen. Nee, halten geht bei mir nicht. Äh, du musst draufdrücken halt mit Fällen. Ja, du musst draufdrücken. Ach so! Achtung! Das ist ein Flugzeug noch. Eins. Zwei. Ah, das ist ein Flugzeug wie manche. Halt dich schon den Weg nicht hin. Okay. Was tun wir denn? Äh, siehst du normalerweise so ein Dings hier. Hier geht es runter und da drüben, auf der anderen Seite geht es gerade weg. Okay. Ich hab noch ein paar Bäuche. Ja, das gleich fertig wird. Ich baue noch was. Zehn Stück noch. Oh, jetzt liegen noch ein paar Bäume. Baustimper liegen noch da unter Baustimper. Oh, das gibt ja schmale Dings hier. Ja. Hoppsa. 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 Ne, in die andere Richtung muss ich fällen, ne? Mhm. Das ist nicht auf uns. Achtung, wer könnte in deine Richtung fallen? Alles gut. Du läufst grad hinten. Du läufst grad hinten dran vorbei. Du stehst da. Geweck bitte. Geweck bitte. Ah, pass. Geweck bitte. Ich fang auf. Oh, so viele rausgekommen. Cool. Vier Stunden, glaub ich. Zwei. Du hast schon zwei? Okay, fünfste rausgekommen. Hier ist nur einer. Krass. Zwei brauchen wir noch. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. Zwei brauchen wir noch. Zwei brauchen wir noch. Ne. Ah, fünf brauchen wir noch. Ah, fünf brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Haben wir jetzt grad beide auf dem selben Raum brauchen? Ne. Oh, okay. Das sieht so aus. Das ist wie anders, wenn du zwei holen würdest. Ja. Du hast euch zwei hingeholen hier. Oh. Naja. Ach, hier muss ich laufen. Da ist hinter. Ja. Ja. Wie siehst du das Haus Symbol? Da, hey, hey, das hör mal hier nicht so. Du hast eben mit dem... Okay. Mit dem Abriss von dem Haus hier, ne? Hast du eben ein Dings gemacht hier. Hast du einen kleinen Baum noch gekillt? Okay. So, ich brauche hier noch mal ein Feuerchen für uns, falls wir was brauchen, ne? Ein Lagerfeuer. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Tja. Tja. Oh, Vogelschie gekillt. Äh, Vogelschie. Oh. Genau. Okay. Magst du einen, einen Try-Wack aufbauen? Für Essen, wenn wir hinsetzen noch? Schön irgendwo. Mhm. Ein Try-Wack? Für Essen aufhängen? Der Iron-Wack meinst du? Der Iron-Wack, genau. Können wir das so Richtung Wasser machen? Können wir machen, ja. Hier hin? Ja. Ja, sieht gut aus. Luft getrocknet. Weil hier, müssen wir ja freilassen, dass wir hier laufen können. Richtig. Okay. Sonst müssen wir immer Extrindäre an der links rumlaufen. Umlaufen. Na. D. Noch ein paar Ästchen auch noch. S, D, S, D. 13, 14... 15... Und f causes noch ein paar mit. Ich hab hier doch so ein kleines Ding hingebrotten. Noch einmal so ein Zweierchen. Was ist? fully пятert teammate. Ahn, lauter Feiernchen. Ahah! Jetzt dachte ich grad, was ist das? was? Hier so ein Busch hat sich bewegt. Wie das ist der Renten? Arbeit und Schweinen. Und hier von Der Mark von diesem scheiß Container Wenn du so rückwärts läufst, da blinkt ein bisschen was, äh, glitzert ein bisschen was. Das sah gerade aus wie rote Augen. Okay, ich hab einen Baumstumpf. Ich hab Essen, äh, links war ich hier, die Äste. Ach so. Gut, okay, ich kann noch was zusammenhängen. Super. Machst du irgendwo dann noch eine Bank kurz hinstellen? Eine Sitzbank irgendwo? Ja, lassen dürfen wir unser Essen abhängen. Ach so, richtig. Ne, wir machen das jetzt. I und dann C und da. Genau. Und dann C. So. Alles vergessen, gar kein Problem. Ich vergesse auch so viel. So, was brauchen wir jetzt noch? Ah, Vogelfleisch kannst du gar nicht aufhängen. Krass. Wie bitte? Vogelfleisch kannst du gar nicht aufhängen. Ich bluse mir grad mal Vogelfleisch zurecht. So, fangen wir noch mal in den Spruch. Ein, ähm. Wenn du das Essen brauchst. So, muss was vorbeischauen. Ich hab nur noch ein Stück Fleisch drauf geknallt. Hier ist ein Vogelfleisch. Ich hab nur noch ein Stück Fleisch drauf geknallt. Ich hab nur noch ein Stück Fleisch drauf geknallt. So, das haben wir auch schon mal hier. Ah. Krass. ich baue hier wo ich jetzt so bin hier baue ich war unser ja auch geile sachen so schon wieder an ich bin was falsch ich hoffe wir haben ein bisschen zeit zum baum du kannst du mich einen ein tisch machen und auch stühle kannst du bauen da ist jemand macht man mit 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 hier steht damit machen genau ja ja komm hoch was sollen wir die aufhängen zum essen was hältst du davon ja wir müssen die erst mal zerkleinern ja 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 ja